Musik Dann würde ich sogar auch mal Bachelor werden. Musik Rico Freimuth, was hältst du denn eigentlich davon, wenn du denn neue Bachelor werden würdest? Ganz, 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 ganz viel. Ich hätte schon mal Bock, vier Wochen Urlaub in so einer Villa zu machen mit 20 Frauen. Also ich wollte eh nach Las Vegas dies Jahr fliegen, dann kann ich auch beim Bachelor mitmachen. Ich meine, das Votum der Athleten war ja eindeutig. Die haben ja ganz klar gesagt, wir sehen Rico da ganz klar in der Rolle. Also siehst du, was wäre so dein Profil, worauf sich die Frauen da einstellen müssten? Viel Trash-Talk auf jeden Fall. Ich denke, ich werde die Frau fürs Leben finden. Das wäre dann mein großes Ziel, weil das ist das Ziel von allen Leuten, die da mitmachen. Und ich will natürlich bekannter werden. Ich brauche definitiv mehr Likes auf Instagram und Facebook. Und ja, so ein bisschen Spaß, Entertainment, da bin ich, denke ich, ganz gut für. Und ja, so ein bisschen Spaß. Nichtsdessen. Nichtsdessen. Nichtsdessen.